ok let's go und zwar sprich mit ikarus wir gehen jetzt in der haupt story voran die kam letzte woche letzten monat letzte woche wir konnten sie nicht richtig spielen weil das spiel nicht vergestattet ist so sprich mit ikarus kann man sehen was das für eine quest ist bereit zum aufbruch großes meer ok das heißt verfolgungsjagd großes meer so ready yes let's head out i recently heard archon elrich talk of your feet's executor i look forward to working with you super das war es schon nein nein so 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 Ich finde die Vorbewegung hier von L ist ja echt am allergeilsten. So, begib dich zum Eingang der Sonne des Meeres. Was immer. Der Land C-Tunnel liegt vor uns. Es ist eine Runde entwickelt, für die Transporte der Materialien während der Konstruktion und Entwicklung der Inners. Dieser Ort wurde verabschiedet seit vielen Jahren, seit der Stadt die Konstruktion zu haben, und viele Spacerepflüge wurden installiert. In anderen Worten, niemand weiß, was es in der Tunnel ist, gerade jetzt. Bleiben Sie alert, und spielen Sie mit dem Kopf. Nach dem Tunnel werden wir die Kommunikation mit dir, Lin. Entstanden. Wir werden Fiona uns über die Hive-Mutter und entgegen uns, sobald wir nach Inners kommen. Nun, das ist über alles, was du wissen musst, bevor du in die Aktion machst. Allein, seh aufmerksam und bleib sicher. Wenn du bereit bist, dann gehen wir. Bitte, leid den Weg, Herr Icarus. Okay. Let's a go. Ab zum großen Meer. Ab zum großen Meer. Ich bin sicher, dass die Gräse-Base-Entity-Signal sind. Ich bin sicher, dass die Gräse-Base-Entity-Signal sind. Ich kann ein bisschen schicken, dass die Gräse-Base-Entity-Signal sind. Wir müssen gehen mit Kauzeln. Wir müssen die Gräse-Abange-Entity-Signal sind. Ich bin sicher, dass die Gräse- oggi nicht die Gräse-Base hat. Let's go, Icarus. Auf zum neuen Gebiet von Tower of Fantasy. Die Glieder kann sein, dass man die Fläche schlussst. Übernehmen die Kontrolle, übernehmen sie es und bekämpfe die Abisanten. Häh? 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 Hallte WS gedrückt um dich selbst zu bewegen und AD um die Kamera zu bewegen. Da sind es ja wie Spaceship Troopers oder wie hieß das? Oder Vikings Ziemlich easy aber funny Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir können einfach nur hier untertitelung des ZDF, 2020 Wir können einfach nur hier untertitelung des ZDF, 2020 Wir können einfach nur hier untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe aber jetzt geschwebt, ich bin jetzt nicht geschwommen Wir können einfach nur hier Hier ist noch kein Wasser Hier können wir alle getrost ignorieren Die brauchen wir nicht Wobei doch, wir nehmen die XP mit Ah, die geben keine XP, oder? Dann brauchen wir sie auch nicht Dann brauchen wir sie wirklich nicht Ja, ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich glaube nicht, dass so viele entgegenwerte in den Tunnel Wir brauchen Fiona über die Situation so schnell wie möglich So, jetzt bin ich gespannt Das große Meer Ich bin jetzt Ja, ich bin jetzt Ich bin jetzt Ja, ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Jetzt bin ich jetzt Ich bin jetzt Ein großer Meer Das ist das große Meer Was ist das große Meer Ich dachte Welche schwimmen so selbstverständlich nehmen wir erstmal nur die story mit das zeigt ein aussichtspunkt natürlich dass wir etwas mitnehmen können wenn jetzt nicht großer kunden aber bisschen zeit muss ja sein das sieht schon cool aus sieht schon sehr sehr cool aus ok das sind die raumrisse oder bei denen hier ist das scheißig alles welche farbe und einfach irgendeine farbe sich auswählen und die dann auf die pilze drehen sie gibt es auch kojoten und so auf der oberfläche dann brauchen wir den bierabgrund überhaupt nicht mehr oder dann brauchen wir den bierabgrund gar nicht mehr dann 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 auch auch quasi dailies hier in dem bereich sowie in vera und im dann dann auch Hau, Hau, in Spieger. Danke, Jute. Oh, Cut-Ziehen. Kurze Cut-Ziehen. Chiro? Ja, wer sind die? Ich hab die nicht alle auf dem Schirm. Ene? Okay. Ich hab die Zeit zurückgekehrt. Du hast 5 Stunden und 43 Minuten später zurückgekehrt. Ich erinnere mich alles klar. Warum bist du so late? Du hast gewaltige Spieler auf den Weg zurückgekehrt? Du musst mich mit dir mit dir nächsten Mal. Haha, vielleicht nächste Mal. Du musst dich in ein paar Probleme, richtig? Du bist nicht derart, um zu kommen. Hey, Melania sagt mir auch nix. Hey, Melania sagt mir auch nix. Ja, Archon, Fiona. Na gut, wir haben die mögliche Gefahr. Also, wir haben uns geholfen. Ich verstehe. Wir erklären uns die Situation in detail, nachdem wir zurückkommen. Oh, ähm... Any? Was ist falsch? Die will direkt gegen mich kämpfen. Was? Wie ist das möglich? Der Spacereft, der führt zu Maroia? Maroia ist kaputt. Auch der Kommunikation ist kaputt. Oh, ich werde die Gräse-Basen in die Dürfe. Die Situation ist schwierig. Das bedeutet, dass die Reinfeierungen von Maroia nicht möglich sein werden können, wenn die Situation plötzlich deterioriert. Das bedeutet, dass es nicht so gut ist. Keine Angst. Mit der Hilfe von Frau Lin, der Executoren und Frau Shirley wird alles gut sein. Hm. Das ist gut. Ich kann weggehen und mit anderen Problemen mit mir selbst, wenn jemand anderes kommt. Die Detektoren, richtig? Ja. Ja. Die Information, die wir bekommen von dem Dürfeier haben, hat sich... ein bisschen ungewöhnlicher. Ich gehe da da, um es nur damit zu sein. Die Buchwürmer sind nicht auf die Öffentlichkeit der Öffentlichkeit. Sie immer sagen, dass es ein normales Phänomenon, das sollte nicht überanalyziert werden. Juste warten und sehen. Diese Sache ist nicht so einfach. Also, nicht secretlich folgieren mich, schuldig. Ich bin nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Anni sollte sich auf die Situation auf der Öffentlichkeit mit Melania beschäftigen. Melania, was ist die Situation auf der Öffentlichkeit diese letzten paar Tage? Huh? G-G-G-Gray-Space entstande sind... ... in einer viel höheren Frequenzie... ... als früher. Es ist viel höher. Aber in der Analyse, die Schöne der Aktivität zeigt... ... eine Trend der Erbenturung, und ihre Crew hat sich schweig. Das ist nicht ein guter Beweis. Die Kreis-Space-Entwicklung sind besser intelligente und organisierte, als wir uns wussten. Ich werde Frau Fiona wissen, um diese Situation zu tun. Insofern, genug kleine Gespräche. Wir haben ein sehr urgentes Thema zu beschäftigen. Frau Lynn, die Executoren, Frau Shirley und ich gehen zu Inars first, um zu unterstützen. Shiro will investigieren die Abnormale Detektoren, während Annie und Melania bleiben hier in der Outpost. Wir bleiben in Kontakt, wenn etwas Ungewöhnlich passiert. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, doch unter Wasser. Was ist denn die Tauchentaste? Was ist denn die Tauchentaste? um hmm Ah ok, man kann die Küche da einsammeln. Total crazy, ok. Ok, das funktioniert wie das andere auch. Was muss das hier geben? Was ist die Tauchentaste? Ok, das hier wird ein bisschen komplizierter, glaube ich. Ich habe die Signale von Greyspace-Entity-Aktivität. Warte. Exeggierter, Frau Shirley. Unterwärmung der Unterwärmung ist ziemlich anders aus dem typen der Unterwärmung. Also warte. Sie sind hier. Jo. Das ist ja komplett anders. Oh, das sieht wirklich nicht anders aus wie oben an einer Fläche, oder? Ja. 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 So. Was wir auf jeden Fall machen können. Mal gucken, wie groß das hier alles ist. Ach du scheiße. Okay. Holy shit. Ach du lieber Gott. Wir waren hier. Das ist ja riesengroß. Das ist ja riesengroß. Die Stachelqualle. Das ist doch auch auf der Engel verloren. Okay, das ist eben easy. Vielleicht nehmen wir hier, gerade für die Erkundung, ein anderes Team. Vielleicht nehmen wir da, keine Ahnung, was man hier, das hier. So, sind wir immer noch in der gleichen Quest, ja, Verfolgungsjagd, großes Meer. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, nicht schnell genug Wenn man sich da dran beamen Das muss einfach schnell sein Aber das Das ist ihre Okay, wir sind jetzt in Inners, okay Ehrlich, scheiße Das sieht aber cool aus Sieht sehr, sehr cool aus Ich bin gerade sehr schnell Ah, sieht sehr, sehr fancy aus Angellt 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 Auf Die Angellt Was ist hier? Was ist hier? Dad! Wettet... Jetzt... Wettet! 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 1.500 Das ist ein Artifizierungsgenerator. Wir können ihn nutzen, um zu entlasten. Wer sind diese Droide? Diese Droide sind zuständig für die Dynamische Wettbewerbsdaten für die Umgebung. Sie sammeln auch Marzoid-Ore aus den Käfen. Marzoid-Ore? Ich fühle mich, dass ich das schon gesehen habe. So, wie kann ich das jetzt reiten? Ah ok, ich brauche auch gar nichts machen. Ich kann einfach... Er macht's ab von alleine jetzt. Das ist echt irre. Ok, das ist... Ist das vielleicht ein Boss? Vielleicht? Das ist jetzt irre. Das ist ja riesengroß, leider. Es ist riesengroß. Ja. 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 Das sieht auch mega cool aus. So, Inners ist wahrscheinlich die Stadt, ne? Ja. 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 Aber ja, woher ist. Oh, genau wie fahren wir den Fog und ich Tenob ist. Oh ja. Boah. Und ich da runter? Oh ja. Oh ja. Komm schonas, komm mal. Ja, Roy. Das sieht mega aus. Das ist mega aus. Madame Fiona, this is the patrol report compiled by Mr. Lucius. Please take a look at it. The inspection route of patrol droids has been adjusted this week. I've marked several key areas that need special attention. How considerate. Thank you. Why is he still dealing with the routine tasks of the security force? He should have rested and recuperated at home as prescribed. Resting at home could do nothing but make me more sick. The best treatment is to keep working. So said Mr. Lucius. He's so stubborn. You and Lori could help support him. But don't overdo yourselves. Okay, I'll make proper arrangements. I'll take my leave then. It's been a while, Lynn. Do you have good news for me? I'm afraid you'll be disappointed. The loss of contact was caused by the gray space entity attack on Outpost 10. It'll take some time to restore communications between the two places. Archon Larson is already working on it. He sent us here to take a look as he was very concerned about the situation of Inners. How is it? Things aren't going well. Gray space entities have launched attacks on many of our important facilities recently, and we are waiting through the aftermath. The gray space entities in the tunnel have been temporarily suppressed. The communication system and long-range space rifts are under repair. As for the other things, I still haven't received the relevant reports. Until the communication device and space rift are fixed, we'll be temporarily stationed in Inners to help deal with matters related to gray space entities. This is the executor and Shirley from Asperia. Hopefully we can share the burden on your shoulders as your reinforcements. Miroria is a long way from Inners. Thank you, everyone. Please rest for a while. I don't need to rest. Reminisce with me. How have you been? You're always so busy. Come by and see me when you're free. Later. I'll stop by if I have time. Then it's settled. Remember to bring Ruby with you. I want to give my birthday present to her myself. Even though it will be a little late. There's a lot we have to do to ensure that the children have a carefree childhood. Right. Is there something you wanted to say? Shirley, please put up a temporary barrier to block communications. Hm? Wer war er denn? Rubilia has awakened. Rubilia? Is... Is she still well? It's hard to explain briefly, but she is still under the influence of the gray space entity. She told us that a type of gray space entity called the Hive Mother is watching Inners closely. Perhaps the gray space entities that are active in Inners are related to this. Is the Hive Mother the chief of the gray space entities? We don't have more accurate information on this for the time being. Fiona, maybe you've also noticed it was no accident that Inners had lost contact with Meroria this time. Avoiding the well-defended Meroria and Inners, the gray space entities intentionally attacked our weak spot to efficiently cut off the connection between the two cities and prevent them from supporting each other. Perhaps this situation is what the Hive Mother wants. After all, Inners would become an isolated island after its requests for reinforcements from Meroria were cut off. Other than the Hive Mother, there's one more thing you need to be wary of, Fiona. When we investigated Outpost 10, we discovered a parasitic type of gray space entity. We're calling them Disguisers, for now. Disguisers have the ability to parasitize humans, making its host a puppet under control. And it's difficult for us to identify hosts with our current technology. They look the same as ordinary people. That means everyone in Inners could be the eyes and ears of the gray space entities. I'll keep my guard up against all personnel of Inners. Even you. You truly haven't changed. I understand. This intel confirms some of my previous suspicions. According to the feedback from the Mook Squad, there have been changes in the behavioral patterns of some gray space entities. Their operations have become more purposeful, and they seem to be deliberately misleading us. Are those creatures misleading us to disguise their true motives? I arranged for the Mook Squad to go to the tunnel as reinforcements this time, because... Madam Fiona, Madam Lin, I'm sorry for interrupting your conversation. There's an emergency! Ms. Shiro sent a reply a few minutes ago, saying that her hydrological detection device captured abnormal information again. But the communication between Inners and Ms. Shiro was soon interrupted. We also noticed that the signals of gray space entities are getting stronger in her vicinity. Leave this to me. Please go to Shiro and provide support. Wonling, urge Glenn to decipher this abnormal information. It may help us understand the patterns that dictate the activity of gray space entities. Improve the security of the nearby waters, and remind the residents not to approach dangerous areas. I will leave this to you, Roy. Understood. 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 So... ... ... ... ... ... ... ... So, weiterhits. Geh wieder raus. Da. Keine Ahnung wo ich hier her muss, leider, aber da ist ein Raum, wo es ist, hier können wir uns hin teleportieren. Gut, bis wir uns dahin auch nur ansatzweise irgendwie zurechtgefunden haben, wird es wahrscheinlich dauern. Das ist über mir. Das ist über mir. Crazy, crazy, crazy. Vor allem, wie tief das hier auch alles ist. Das normale Schwimmen ist schon anstrengend. Vergib dich zur Insel der Sommerwärme. Miss Lin, Inners might be inhabited by those parasitik-grays-based entities as well. Well, would Archon Fiona be in danger if we all go to support Miss Shiro? Okay. Okay. Es ist leicht, wie sie sieht. Wir fokussieren, um die Mook-Squad zu stärken. Es sieht, dass die Grayspace-Entwicklungen in den Inneren noch nicht zu viel gemacht haben. Das könnte jetzt nur die Kulme bevor der Sturm sein. Hoffentlich sind wir nicht zu früh, um zu helfen. Okay, ein Gefährte. Okay. Qualle? Hier ist ja jetzt eine Qualle, ne? Wo ist das? Hier? Plankton. Plankton. Jetzt kriege ich dieses Plankton da eingesammelt. Plankton. 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 Was dazu schon mal gelöst? Was ist das? Das ist wie das andere auch Oh, cutscene Okay Oh nein, kann ich die Waffe noch wechseln? These Drick Upped Oh 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 Ja! 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 Okay! Irgendein Feuerchar kommt da. Ja! 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 Okay! Du hast mein Interesse? Hanro Lan, okay, das ist tatsächlich Lan Ich bin Lan, und er ist Conrell Domain 9? Was ist das? Was ist ein Ort auf Ida? Meine Datenbank hat keine Informationen relevanten Frau Shiro, vielleicht du kennst du etwas? Oh, dann bist du... Aliens Um, wo sind wir? Vera ist unter der Jurisdiktion von Hykros, District 7 Domain 9, die du erwähnt hast. Wir sind von einem Ort, wo die Zeit und Sprecher sind geöffnet. Der Welt auslöser kann nicht verifizieren unsere Existenz wegen der Zeit und Sprecher. Wir folgten die Abyss-Kurren, öffnet durch die Schmerzen hier und haben deine Gruppe. Aber es sieht aus, dass dieser Ort auch durch die Schmerzen ist. Die Schmerzen? Du sprachst dich an dieser Gruppe von Greyspace-Greys? Grayspace-Entities Grayspace-Entities räusch 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 Ich habe keine Informationen über das Thema, aber dieser Ort scheint zu sein... Bitte, warte. Exeggütter, Frau Shirley, bitte, folgt mir. Frau Lin, sind Sie über die zwei Besucher von Domain 9? Unsere Verständnis von Domain 9 ist limitiert von Frau Lanns kurzfristig. Das alleine, aber es scheint, dass sie viele Informationen haben, die wir nicht wissen. Die Grayspace-Entitivitäten auf der Bühne. Wir kommen erst zu Inners zurück. Während dieser Zeit, ich hoffe, dass Sie auch die Wasser über Inners unterscheiden können. Die Zahl der Grayspace-Entitivitäten, die wir gerade gesehen haben, ist weit über meine Erwartungen. Woher kommen sie? Vielleicht Grayspace-Entitivitäten ständig enthieren Inners aus einem anderen Spatial Rift rundherum. Das ist völlig möglich. Insofern, wir müssen diese Potenzialen nicht ignorieren. Deben Sie das mit Shirley und mir. Ja. 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 Oh Gott, wie schlecht. So, wir sind echt weit weg, ne? Da müssen wir hin. Das ist ein irre großes Gebiet. Das ist ein irre großes Gebiet. Okay, stopp. Hier ist irgendwo da. Ampett Fisch. Kann man jetzt hier zum Beispiel die Dailies auch in dem Gebiet machen? Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gebiet 9 Wir sind immer noch in Vera tatsächlich Wir sind bei 40% Da würde ich sagen, Leute Machen wir hier einen Cut Wir sind bei 40% von der Hauptstory Und dann geht es da einfach morgen weiter Und ja Dann schauen wir uns das Ganze mal weiter an Wenn wir erst bei 40% sind Dann wird die Quest noch ein bisschen gehen, denke ich Und ja Dann sehen wir uns morgen im großen Meer wieder Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen Und wir sehen uns im nächsten Stream Habt noch einen schönen Wochenstart Und Ciao Ciao